herzlich willkommen meine lieben freunde bei kasselmeiner set wir haben heute samstag den fünften vierten und wir sind wieder da juhu so der opa zeron der hat mir eine ganz interessante fällt mir gerade ein kasselmeiner set opa zeron der erste opa die opa 0 die opa der opa der 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 opa überhaupt der opa aller opas so haben wir wieder eine geheimnisvolle deutung des namens von opa zeron gemacht opa zeron opa zeron hat mir eine frage gestellt wir werden mal kurz hier aus fenster klubschen und zwar was halte ich denn von dem original zu kasselmeiner set er persönlich findet kasselmeiner set etwas schlechter als das original jetzt ist mein problem ich habe die frage glaube ich nicht richtig verstanden ob er jetzt meint das original ist vielleicht kasselmeiner und kasselmeiner set ist da irgendwie eine erweiterung da muss ich an der stelle sagen dieses kasselmeiner originalspiel von der xbox das kenne ich überhaupt nicht okay wir haben jetzt im prinzip alles moment sage ich euch gleich wir haben jetzt alles hier in der jetzt können wir eigentlich mal raus ich dachte mir wir gehen einfach mal raus und nutzen jetzt mal und nutzen jetzt mal hier die möglichkeiten die tür zu machen oder soll ich erst mal zu ende erzählen und dabei noch ein bisschen abbauen ach ich werde erst mal zu ende erzählen na komm schon geht es dazu so hier hat nur aber eigentlich glaube ich schon alles ist nach allen an einen nach allen seiten offen gewesen war mal gucken wo kann man hier ist jetzt tag oder nacht ach komm dann gehen wir hier mal raus gehen wir doch raus so gut und um jetzt darauf zurück zu kommen wenn er so wenn wir jetzt sterben unser inventar ist ja leer und wenn wir jetzt sterben behalten wir alles was hier unten drin ist und spawnen dann hier in der nähe wieder deshalb gehe ich jetzt mal auf erkundungstour und jetzt mal ein bisschen action vielleicht und wir gucken einfach mal ob wir hier irgendwo eine andere ressource finden wir könnten natürlich auch in die tiefe gehen da gibt es den sogenannten blutstein aber es gibt auch den außerirdischen stein den alien stein so was können wir auch finden da sind aber viel starke aliens die den verteidigen wir machen mal eine kleine erkundungstour wenn wir jetzt sterben wie gesagt dann spawnen wir da in der nähe wieder wo wir herkommen so um die auf die frage noch mal oder auf den wunsch noch mal zurückzukommen von opa zeron übrigens wer opa zeron nicht kennt das ist der wie soll ich es euch sagen oh sand wie soll ich es sagen also ich würde mal sagen es ist wohl der youtuber der das siehste hier sind jetzt schon irgendwelche viecher ich höre sie schon aber nicht auch gott ein drach um ist okay das war jetzt illusorisch hier draußen weiter gegen den drachen komme ich glaube ich mit der mg jetzt überhaupt nicht an wollen wir probieren ist ja egal wenn wir sterben wahrscheinlich keine chance haben wir keine chance definitiv nicht oder vielleicht droppt der ja irgendwas schönes ich sehe es auch keine anzeige gesundheitsanzeige von dem drachen siegfried und der drachen a gleich sind meine patronen alle also ich glaube das war es dann keine chance mit einer normalen knarre hoch hoch mit normalen zaut er wieder ab munition ist alle kann ich jetzt auf die schnelle neue munition kräften eigentlich kugeln was fehlt mir da ach so die rohstoffe gott die rohstoffe sind ist das hier die uhrzeit oder was was war das die uhrzeit ja ja da müssen wir doch erstmal wieder zurück um uns neue kugeln zu köften haben jetzt erstmal auf die schnelle alle kugeln verschwendet ich nehme mal an der rote pfeil zeigt uns die richtung nach hause jetzt kommen mir schon die skelette jo und das original also ein castle meiner ohne castle meiner set wie gesagt das kenne ich kenne ich gar nicht jetzt wird es auch langsam dunkel oder hell und deshalb vermute ich einfach mal dass der opa zeron minecraft meint als original was halte ich denn als fazit nach einer woche spielen aua na jetzt habe ich mich wohl verirrt von castle meiner set im vergleich zu minecraft und da muss ich natürlich sagen natürlich minecraft finde ich finde ich viel viel besser als castle meiner set aber wenn man dann schon lange 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 minecraft gespielt hat und da dann irgendwie so ein bisschen die luft raus ist und man oh gott wo man auch alles ist definitiv dunkel wo man alles so gebaut hat und so ist castle meiner set natürlich eine erfrischende abwechslung und vor allen dingen der unterschied ist halt castle meiner set ist halt kampflastig ja wem das bei minecraft immer so gefehlt hat dass man da immer mit diesem wenn man gut ist mit dem diamantschwert immer so hack 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 oder mit dem bogen oh gott der drachen ist immer noch hinter mir hier ja war besser vielleicht mich mich töten zu lassen dann spawnen wir da in der nähe in der nähe wo wir waren hoffe ich mal wir spawnen doch nicht in der nähe wir spawnen da wo wir gestorben sind oder wie ach doch hier okay dann frage ich mich jetzt wo ist denn hier mein höhleneingang da unten ist eine lampe in der fackel meine ich müsste doch hier irgendwo sein wo ist denn mein höhleneingang mama mama mein höhleneingang ja und in dem sinne ich finde minecraft schon viel viel besser was immer so eine sache mittlerweile spiele ich spiele ich so viele spiele und die erste euphorie von wegen minecraft ist das allerbeste spiel der welt die hat sich natürlich ein bisschen gelegt minecraft ist doch auf jeden fall was auch den langzeitspaß betrifft eins der besten spiele überhaupt und ist auch gar kein vergleich mit castle meiner set castle meiner set ist hat einfach eine andere bereicherung und ich bin mir noch nicht sicher dazu müsste ich es erst noch länger spielen ich spiele dass er jetzt erst wirklich hier seit einer woche ich müsste das mal ein zwei jahre spielen und da glaube ich dass castle meiner setten nicht glaube hier war unser eingang war oder auch nicht das castle meiner setten nicht das wurde hier hier ist offensichtlich eine beleuchtung ja oh gott da muss ich rüber oder was ich glaube dass castle meiner wenn jetzt ein skelett kommt bin ich gleich wieder tot das castle meiner set nicht das potenzial hat das jahrelang zu spielen und da stelle ich jetzt mal guck mal da kommen wir gar nicht runter ach gottchen wie komme ich denn da rüber ich habe keine steine dabei also ich glaube nicht dass man das jahrelang spielen kann ich finde es aber wirklich eine sehr gute idee und ich finde auch ganz interessant da hinten ist schon wieder ein zombie hier habe ich mir eine fackel gemacht warum auch immer hier hatte ich wohl mal sand geholt so jetzt sind wir gleich wieder tot nehme ich mal an ich hoffe mal dass er gleich den zombie vernichtet hat wo ist denn jetzt mein höhreneingang ich meine selbst wenn ich jetzt da hinten ist gott sei dank habe ich schon meine meine stack markierung gemacht ja ich weiß ich bin gleich tot so jetzt aber dahinten da muss ich hin da werden wir mal gucken dass wir uns ein paar neue waffen auch guck mal als ja fast klarer himmel hier sehr schön so ja ist nicht zu vergleichen wie gesagt aber es hat aus schön aus es ist das ganz anderes also hier ist der schwerpunkt wirklich auf panik auf kampf auf stress auf paranoia wie delphine und so schön in einem kommentar sagte da kriegt man paranoia wenn man sich das spiel eine weile anguckt oder vielleicht sogar wenn man spielt wenn man so ständig unter druck ist man kommt nicht wirklich dazu hier irgendwas zu erbauen und abenteuer zu erleben man ist hier ewig im stress da ist gerade der charme von diesem spiel so so jetzt könnte ich aber mal gucken ob ich kugeln kräften kann was habe ich jetzt falsch gemacht ach so muss ich ups nein nein jetzt muss ich das was ich brauche erstmals inventar nehmen na am besten wir nehmen mal wieder alles rein war hinterher ist meine sicherheit hoffe ich dann gucken wir mal dass wir uns ein paar kugeln kräften so jetzt hätte ich gerne das messinggehäuse können wir bauen tatsächlich okay dann bauen wir mal ein messinggehäuse jetzt kugeln munition eisen kugeln können wir die machen oh wir haben jetzt eisen kugeln gemacht ist ja abgefahren haben aber nur 100 eisen kugeln oder wie haben wir jetzt nur 100 eisen kugeln warte mal was denn das hier muss ich erstmal gucken wie kriege ich jetzt raus was hier was ist messinggehäuse okay wollen wir nicht da müssen das doch die eisen kugeln sehen aber sind sie wahrscheinlich auch nicht eisen gehäuse klasse ach so das steht ja hier oben ach ich steppe eisen kugeln 100 eisen kugeln okay 100 eisen kugeln ist natürlich die frage ob wir jetzt naja ob das jetzt sinn macht hier vielleicht warten wir die nacht erstmal ab haben wir hier eigentlich schon drin ja und hier kommen wir dann wieder raus das ist auch nicht gut das ist auch nicht gut das mal wieder zu machen ein paar mehr fackeln könnten wir auch dann noch gebrauchen bei zeit das hört sich gerade wieder an als wenn da genau hinter mir einer steht jo wir werden das aber trotzdem das heißt trotzdem es macht ja spaß wir werden das spiel jetzt hier weiterspielen bis am sonntag bis nächste woche sonntag komm wir gucken mal ob wir hier mit unserer eisen kugeln bisschen action machen können ach guck mal da brauchst du ziemlich wenig schuss als belohnung wenn man so kampf überlebt sind die herzen immer wieder gleich aufgeladen das finde ich sehr cool ich meine nachts hier rumziehen ist glaube ich relativ sinnlos wie heißt das oh cool einer mit mit bogen zu weit weg zum schießen oder was zu weit weg äh warum schießen denn ich jetzt sagt nicht du kannst die eisen kugeln nicht laden mein freund oh gott der kann die eisen kugeln nicht laden der braucht steinkugeln ja du komm schon geht zu oder was habe ich jetzt hier falsch gemacht oh ist hier gerade irgendwas verbuggt oder was nachladen eisen kugeln hohe feuerrate benutzt kugeln maschinenpistole will aber nicht oder was warum will die nicht schießen kann man hier nachladen gut dann stellen uns mal ein paar steinkugeln her und dann sehen wir ja den unterschied habe ich das echt noch alles im inventar sehr riskant ich habe das gar nicht zurückgetan guck mal hier messinggehäuse kugeln normale kugeln gut jetzt haben wir normale kugeln gucken wir mal ob wir die normalen so das sind kugeln so und das sind eisen kugeln ah doch die lädt der normale okay also also für eisen kugeln brauchen wir scheinbar eine spezielle waffe wieso hat es mich mal interessiert ob ich noch mehr normale kugeln machen kann fackel fackeln können wir uns auch noch ein paar machen okay was mit normalen kugeln warum kann ich hier jetzt nicht machen hier kugeln laterne ah ok eisengehäuse kugeln da brauchen wir kohle haben wir doch messinggehäuse und warum haben wir kein messinggehäuse mehr hier guck fackel messinggehäuse gut dann können wir uns jetzt ja normale kugeln craften oder cool 480 normale kugeln na alter da können wir doch ein bisschen action machen dann werden wir jetzt den rest mal wieder in die bald brauchen wir natürlich auch wieder neue ressourcen sehe ich gerade warum haben wir eigentlich das eisen da noch nicht geschmolzen oder ist das kupfer das können wir ja mal mitnehmen hier die steine war die braucht doch kein mensch so oder wollen wir uns noch eine spitzhack craften nö erstmal nicht wir gehen erstmal wieder raus vielleicht mal hier vielleicht sollten wir doch mal ein bisschen in die tiefe gehen gerade jetzt die skelette sind erscheinen mir nicht oh tschüss die skelette erscheinen mir nicht so gefährlich wie die weil in der tiefe gibt es auch noch Rohstoffe die wir noch nicht gefunden haben zu finden dann müssen wir halt nur runter hier zb und umso tiefer wir kommen umso mehr monster sind da wahrscheinlich auch Ah, guck mal, hier können wir sogar runter Jetzt hören wir hier schon eine richtig gruselige Musik Guck mal, da unten ist hell, vielleicht ist da Lava So tief war man ja bis jetzt noch gar nicht Ah, guck mal, hier ist Lava, Lavastein Wir müssen diesen Rotstein finden Rotstein ist eine ziemlich coole Sache Da kann man Werkzeuge draus machen, die sehr schnell abbauen Und ziemlich Das ist zu vergleichen mit Netherstein bei Minecraft Da kannst du halt coole Werkzeuge machen Jo, eigentlich wollte ich euch ja Wollte ich mit euch, ups In der Folge mal ein bisschen Ich kann übrigens drei Blöcke hochspringen Es hat eine bestimmte Faszination Ich werde das bestimmt auch auf jeden Fall dann noch weiterspielen Vielleicht bringe ich da irgendwann nochmal eine Folge Wenn ich irgendwann mal ganz weit gekommen bin Und präsentiere euch mein Schloss oder so Aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht in dem Sinne Mit Minecraft die Frage Würde ich mir nicht stellen Ob es besser ist oder schlechter als Minecraft Hat ja Opa Ceron auch nicht so gestellt Die Frage, ob ich es besser finde Er hat ja nur gesagt, mein Fazit Meine Meinung zu dem Spiel Ähm, jetzt habe ich schon wieder zu lange gewartet Nicht, dass wir hier noch erschlagen wären Oh, haben wir schon abgebaut So, mit Lava würde ich mich jetzt erstmal zurückhalten Ich glaube, so viel Kohle hatten wir auch nicht mehr Mit Lava würde ich mich jetzt erstmal zurückhalten Das abzubauen Da habe ich zu wenig Erfahrung Nicht, dass ich dann hier gleich verbrenne Wir werden jetzt einfach unsere Vorräte mal ein bisschen aufstecken Und wir müssen auch, um eine bessere Waffe zu bekommen Wo wir vielleicht auch Eisenkugeln benutzen können Müssen wir echt jetzt Mal gucken, dass wir irgendwelche neuen Ressourcen finden Vielleicht mal ein neues Metall oder so Oder noch mehr Eisen So, ja, Kohle ist schon mal nicht schlecht Kohle ist cool Kohle finde ich gut Ich finde, wir sind ja jetzt mit unserer MG Hier ist das schon ganz schick Da können wir schnell, relativ schnell reagieren Sodass sie nicht mehr dazu kommen Zweiten Schlag auszuführen So, ich denke mal Viel mehr ist jetzt hier nicht mehr Da ist noch was Ein bisschen Kupfer Sehr schön, nehmen wir mit Und dann können wir auch mal einen anderen Oh, guck mal, hier waren wir auch noch nicht, wa? Wo geht's denn hier lang? Hier ist aber auch nichts weiter Ein bisschen Kohle, ein bisschen Kupfer Ne, Eisen Ich glaube, das war Eisen, war das braune? Aufpassen, dass wir uns nicht verbrennen an der Lava Ich gehe mal davon aus, dass man sich da verbrennen kann Ich könnte natürlich jetzt auch mal Was natürlich dämlich ist Jetzt kommt erst mal ein Skelett Fragt sich nur von wo? Ach, der müsste von da oben kommen Hier runter gesprungen Mir direkt auf den Kopf wahrscheinlich Komm, wir bauen mal eine Lava ab Es geht tatsächlich Man kann die Lava abbauen Was passiert da? Da wird ein normaler Stein draus Ah, okay Also ist die Funktion ja Lava in dem Falle Nur eine beleuchtende So, jetzt die Folge geht jetzt schon langsam wieder dem Ende zu Wir sehen uns dann morgen wieder am Sonntag Guck mal, morgen mache ich mal eine etwas längere Folge Es scheint jetzt nicht so abwechslungsreich Vielleicht, wenn man zuguckt Aber es macht wirklich Spaß Vorausgesetzt man findet Wir werden jetzt mal nochmal zurückgehen zur Höhle Und das Zeug in die Kisten packen Und dann ist Schluss Es sei denn, wir finden hier noch was Ach du Scheiße, da geht es weiter Jetzt sag nicht, dass das Gold ist Dann werde ich irre Echt Gold Ach Gottchen Daraus kann man bestimmt Gut, die Folge wird vielleicht doch drei Minuten länger Wobei wir könnten auch an der Stelle speichern Und morgen dann hier an der Stelle weitermachen Gut, wir speichern erstmal Wir sehen uns dann morgen wieder, meine lieben Freunde Ich habe nämlich keine Zeit Ich muss noch zu meiner Mama Ups Ich muss noch zu meiner Mama helfen Ich muss da was helfen Einen Küchenschrank aufbauen Gut Wir sehen uns dann morgen Danke fürs Zuschauen wieder Opa Ceron Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet Ansonsten schreib doch mal bitte nochmal Wenn noch Fragen offen sind Schreib doch mal bitte in die Kommentare Falls du die Folge hier siehst Ich verstehe natürlich Man kann sich ja nicht alle Folgen angucken Kennen wir ja schon Geht mir genauso Vielleicht schreib ich in die Kommentarbeschreibung Opas Frage oder so Damit du das dann weißt Dass hier eine Antwort versteckt ist Gut Tschüss Bis morgen 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 Bis morgen